Ein Mann kommt wieder einmal, sehr verspätet am Abend, vom Stammtisch nach Hause. Durch den Lärm wird seine Frau munter und fragt natürlich ihren Mann, was denn da für ein großer Wärm war. Der Mann antwortet, du, die Schuhe sind umgefallen, sieh drauf, das gibt's doch nicht, umfallende Schuhe machen ja nicht so einen Krach. Ja, sagt der Mann, ich hab sie ja noch angehabt.